hallo manfred hallo kleiner manfred hallo hallo er ist hier klein ja weißt du was ja ich sterbe ich schreibe mädchen ach ja stream zu eigentlich ja scheiße so da sind wir wieder alles eingestellt ich bin noch im sommerhaus und warte auf den kleinen klaus bloß der will hier nicht erscheinen der findet mein spielen zum weinen der manfred ist nach da ist der manfred stande mal ein skelett im keller ich lasse den scheder erstmal erstmal lasse ich den alles heil mein höschen ist kaputt hier sind ja gar nicht wenig hühner sandier gustav margit luca und 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 was machst du auf meinem bett ja braves huhn stimmt ich wollte name text kraft noch haben wir genug eisenharnische wir haben noch einen einzigen den kann ich mir erst mal nehmen ist noch ein großer rucksack warte mal hier in höschen brauche ich höschen haben wir noch mehr als genug leder kann rein eigentlich sinnlos was ich hier mache ich mache die kaputte hose da rein was steht hier unser baby gustav damit hat alles angefangen 20 hühner später ich würde sagen schon ein paar hundert ja auch in die eisen hier rein oh ich habe keine hose an jetzt ist besser das war da das war hier das war dort jetzt haben wir wieder erst mal 65 name tags das ist aber schön die leine müsste ich bald mal auch wieder klar haben wir dann überhaupt noch schleim ja ich habe ganz viel in der nase möchtest du dann kann ich ja nicht weiter verarbeiten ich glaube ich sollte mich ja in welcher schwimmhalle oder schwimmbad klönen ja ich habe über die ich habe was überlegt mhm was denn wo wir die doch bauen könnten hier sind aber wenig schweine drin hier ist ja gar keine massentier quetschhaltung mehr was ist hier los ach die armen kühle beim bauernhof nein ich bin bei unserem ersten stall ja da sollen ja immer nur fünf von seinen pro stall die haben mich gleich verschluckt ach so das ist mit berechnung na klar sag mir das doch hast du bestimmt erst bis nächste woche schon vergessen oh gutes deutsch oh oh jetzt habe ich es dunkel gemacht das wollte ich nicht na oh du bist aber hässlich dann mache ich wieder zu mhm eine schwimmhalle das feld ernten das da hinten nein das da hinten ja warum habe ich das nur eingefügt ja oh was ist jetzt los ah ich werde sterben äh jetzt schon ich geht hier geht kein ich kann kein rechtsklick machen ach das geht nur bei saate die fertig ist ne richtig ah uu äh tobi könne die ach ja das habe ich noch gar nicht kontrolliert da muss ich noch mal ich habe ja meine ressource packs verschoben aber das die schweine sehen glaube ich bei mir normal aus ne die sehen nicht normal aus ja hier sieht kein schwein normal aus klack 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 kann man eigentlich kann man eigentlich rechts gedrückt halten ja bräuchten ja eigentlich noch was für kevin weil tobi ist ja ganz einsam ja kevin brauchst noch ein paar schweine ne wollen wir die ins haus setzen oh dann kriege ich da wieder schläge ne pvp ist aus ja aber weißt du was so richtig passen tut mir das mit dem scheder nicht dein dir der weg hier drüber ne die blöcke die halben die schweben ich sehe da was am rand durch das sehe ich auch oh das ist mir früher nie aufgefallen das war schlimm also oh ich habe doch nichts was wollt ihr von mir ich habe doch gar kein zucker am armen ah ich habe nur brillenschwein nein aha wie ist die tru ist voll ah komm komm du hast die mund gerade auf komm ich höre auf das ist nicht jugendfrei ich begrüße die tiere hallo hallo officer scharf hallo manfred scharf hallo ei ah ich habe ich muss die schweine bewerfen dann sagen sie ey currymann ah spinne spider spider attack au hallo 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 user in your channel timed out oh 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 der manfred wir streamen auch nicht mehr der manfred hat ein problem dann tue ich das da mal rein wie es ausschaut fängt ja gut an aber ich bleibe hier erstmal online dann kann ich hier erstmal blödsinn machen der stream ist abgebrochen wie ging das so so hier hatten wir ja zuletzt aufgehört oh ist das schön genau hä wir hatten doch hier ein npc was machst du hier geh da rein los geh rein geh rein geh rein geh rein geh rein geh ich glaube ich fliege mal nach hause ist das nicht schön schön bunt ist der scheder ich sag da gleich mal was zu da sind es manfreds warzen so gleich werde ich landen ich muss das ding mal ausziehen ach das ist schon wieder gehittet scheiße kann ich schlafen gehen wir gucken mal ob er blödsinn noch was ist ein ei aber das nenne ich mal richtig kunst hier das sieht ja schick aus hi wie geht's bläziner können reden ein sinnloser knopf übrigens kann ich jetzt schlafen ich merke schon das führt nichts mit schlafen andere richtung da geht die sonne unter oder geht die gerade auf kann man irgendwo die uhrzeit sehen ne hier nicht na gut ich mach dir mal ein päuschen und wir machen dann weiter wenn das mega huhn wenn der manfred wieder da ist bis gleich server die welt wurde gespeichert da sind wir ja auch wenn ich nix sehe das ist lustig ja hier ist kuchen und ich hab hunger kann ich essen den ganzen kuchen ich glaub ich möchte den stream kurz still machen ja und hallo und herzlich willkommen für die die nicht beim stream zuschauen sondern die das hier auf youtube gucken ich nehme nämlich parallel auf der manfred streamt und ich nehme auf und das hat der manfred gebastelt hier der hat mich damit wieder überrascht genauso wie mit diesem huhn wo ich mich immer noch frage was passiert wenn das an ein ei liegt und wir haben auch noch was neues ich hab ich führe ich hier um beine und arme und zwei schultern ich hab einen körper damit kann ich geräusche machen fliegen können wir auch noch da wolltest du bauen ne da drüben ne auf dem berg ne ich hab da schon ein bisschen eingeebnet mhm ja der manfred hatte wieder gute ideen warte mal das mache ich auch glatt wo ist die ganze erde die ich hier gefahren ich bin eigentlich wieder unter was mache ich ich drücke auf die sneak taste um ja zu laufen ach guck mal hier ist schon wer hallo berta ich nenne dieses huhn boris können sie das benennen hast du ein schild mit ne schade das wäre jetzt lustig hier war auch noch ein officer oh guck mal hier ist ein see ein teich ein loch du bist herber na wie geht's keine brille na wie geht's ach ja und hier ist ja die verhausung des herrn kedos warum ist die hier war die so dicht ja quasi das habe ich jetzt nicht mit berechnet ja muss er durch naja jetzt ist er sowieso nicht hier er muss mit dem vorlieb nehmen was er denn kriegt wenn er immer durch abweslein glänzt hallo officer hallo co hallo schwein so viel kürt 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 haben wir noch richtig viel platz ich finde das gut wenn man mit dem mann läuft und dabei schnell läuft durch das herrp läuft man doppelt so schnell das war die einrastfunktion ich habe zu viel drauf gedrückt ich will auf die kuh so komm mein pferd komm mach einen fladen brot ach Mist ich kann nicht davon runterschubsen ich habe nicht oh jetzt piept das immer scheiße was habe ich jetzt gemacht fällst das auf ja das wird jetzt die ganze Zeit so sein immer wenn ich irgendwo rauf drücke auf so eine Taste würde es piepen es ist warm es ist Sommer ja wir hatten eigentlich einen Plan ne den weiß ich nicht ich wollte das Außengelände bauen bei unserer komischen Höhle so ein bisschen und du hattest hier einen Vorschlag den du in Angriff nehmen wolltest das mit dem auf dieser Fläche hier wo jetzt die Kühe kacken her stimmt das Rathaus ja genau was was ich euch denn das bauen Steinziegel oder Steinziegel mit Holz gemischt ja warum nicht dann muss ich das hier noch ein bisschen auskleinen mhm ja die müssten wir ja noch haben ne wenn ich dir bei was helfen soll musst du das sagen so beim Terraforming dann lass ich die frei Entscheidung ich werde erst mal oh jetzt hat's nicht gepiept ich werde erst mal da hinten hin fliegen wo ich gebaut hab oh ist das schön die Musik passt jetzt gerade auch dazu ja ich ne Nucke ne Geheime ach ach du Scheiße das ist ja auch noch hier was denn das arme Tier wir haben doch so ein Skelettschaf eingesperrt kannst du dich noch erinnern oh jetzt bin ich da drin aha komm ich da ich komm da nicht mehr raus Hilfe Hilfe helio Schaf äh Pferd das sieht komisch aus müssten wir eigentlich auch noch zum Burg bringen ich hab eben ja genau ich hab eben überlegt wir hatten bloß keine Leine ne ich hab eben überlegt wozu wir dieses Ding hier gebaut haben jetzt hatte der Sattel gefehlt ja ja Vogelscheuchen wollten wir auch noch bauen da brauchen wir Gestelle eins ist auf Lager mhm das muss dann eins muss hier auf den Acker hin und dann bei der Windmühle und bei dem ersten Acker oh ich flieg mal hier hinten hin ja hier muss ich noch bauen hallo Pferd huch oh ich hab einmal aufgesetzt man fliegt trotzdem weiter ich flieg jetzt mal zu bar ich will jetzt was laufen immer diese Suffköpfe ja ein Bier pronto was denn Bedienung ach das ist ja diese scheiß Einheimischen die die können nix die uns Urlaube ignorieren ich geh erstmal auf ne Liege hier kann ich mich hier nicht mal hier hinlegen kann ich mich das ist schon wieder so wie die Schafe drum besser hier sind Pferde bei unserem kleinen Urlauberdorf ich mach mal so einen kleinen Rundflug hier könnte man was mit Springbrunnen machen oder so ein bisschen Teich anlegen zum Sitzen und Verweilen so na wie geht's oh für 15 äh äh Faden kriegen wir 1 Maragd ist das ein gutes Ange- oh wie das aussieht ich komm nie mehr raus 20 Cola 1 Maragd ne das ist zu teuer ich komm nie mehr raus wie bist du da reingekommen gar nicht ich hab auf rechts geklickt äh warte mal diesen Weg denn 15 fahren 1 Maragd ist eigentlich ein gutes Geschäft ne oder mh äh er kommt nicht raus da steht was jetzt 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 wäre er draußen so gesehen ja ja er will ja hier guck mal nix Kollege ne ne ich überlege ob ich hier diesen Weg noch anders mache wa da ist mein Blut drin ii ich hoffe nicht dein Darmblut das weiß keiner denn wir müssen ja hier noch einen kleinen Eingang bauen und das umzäunen damit hier keiner reingeht und die Kasse umgeht und die Bezahlung prellt und auch da ein Ticket Automat hinbauen damit die Tür überhaupt aufgeht richtig genau 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 auf einer Seite rein auf der anderen Seite wieder raus war ja der Hauptbahnhof mh mach ich das jetzt einfach nur mit einem Zaun mit einem Metallzaun aber da können wir keine Tore mit bauen und hier kann ich ja nichts mehr drauf bauen wenn ich aus Stufen was mache ne weiß ich nicht da kann man ja nichts draufsetzen zum Beispiel ne Fackel na ich kann mich draufsetzen ja na die geht an der Wand geil komm 64 mit dann reicht das auch ich hab aber mal eine Idee ich glaub mir mal ne Stufe das müsste doch gehen ne ja das sieht doch gut aus Fichtenholzstufen hier hinten war doch noch glaub ich was hä wir hatten doch hier Truhen da alles klar ich hab umsonst geschrien Fichtenholzbretter ach Gustav hat mir ein Ei gelegt ein Gustav ein Gustav ich könnte mal gucken was die Broiler Farm sagt ja guck mal naja das Ergebnis ist ganz okay so jetzt hab ich genug so jetzt hab ich genug so und dann bleibt auch mal ein Friedsweg erhalten wie viel hab ich da gemacht drei oh könnte ja schon mal mit Holz anfangen der will immer raus kann er vergessen der Knebelvertrag der Knebelvertrag ich hab ich nicht schon eins zwei drei eins zwei drei eins zwei drei schöne Musik ist aber ein bisschen laut glaub ich ein Moment ja ich bin mit der Ruhe ich bin schon wieder nicht eingeloggt klack so ja lass erst mal so so hört sich schon ganz gut an am besten wir aber ein Holz hauen ne weil das Gebäude ist auch als Holz aus Holz kann man machen eins zwei drei ich hab was scheiße gemacht ha 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 ich bin ja gut halt da okay viel Ehre hab ich doch so nicht scharf nein tu's nicht geh weg das ist gefährlich eigentlich na jetzt mal gucken wo die Mitte ist beim Mittelfinger ja aber dann hätte ich ganz schön viele Mittelfinger echt echt es gibt eine Wolle in der Mitte so sind das jetzt drei hier muss ja noch so ein Ding hin so das hatte ich weggebaut nein eigentlich sind das vier ich bin ja so schlau Bis zum nächsten Mal.